Das wird nicht funktionieren, Lieutenant. Wir sollten dieses Ding auf den Schrotthaufen werfen. Warten Sie erst mal Grayson. Das war das Problem. Der Kühlflüssigkeitskompensator. Ihr Schiff müsste wieder fliegen wie der 1. Haha, ich wusste, er schafft's. Er ist unser bester Mechaniker. Danke, Lieutenant. Das werde ich nicht bestreiten, weil ich Streitgespräche nicht gerne verliere. Aber ich... Zander, bring uns nach alles in Ord, damit ich die Inspiration finden kann, die Arrowhead zu bauen. Und meine Träume wahr werden zu lassen. Komm schon, komm schon, still! Der Junge braucht Inspiration. Ach so. Keine Ahnung, wovon du redest und ich bin gerade beschäftigt. Kann das bis später warten? Ja, ich denk schon. Dürfen Crory und ich in der Zwischenzeit vielleicht in der Star-Scavenger rumhängen? Ja, klar. Macht, was ihr wollt. Danke. Wir führen eine Übung durch. Also, Lieutenant Valeria, was Zander Freemacker wirklich gut kann, ist fliegen. Oh nein, Freemacker, wir brauchen dich hier mit einem Schraubenschlüssel in der Hand. Was? Nein? Hören Sie erstmal zu. Hab ich doch gerade. Au! Hören Sie bitte zu! Heißt das, wir fliegen nach Alistin, no? Yep. Großartig! Wo sind Cordy und Zander? Die schließen sich der Mission nicht an. Und stattdessen wird Crory uns fliegen. Sekunde! Ich barue, aber ich fliege sie nicht. Oh, ähm, naja, ich habe Zander ja schon hundertmal beim Starten zugesehen. Das krieg ich schon hin. Ähm, ganz genau so macht das Zander auch. Ist es zu spät dafür, dass ich fliege? Und zu spät dafür, dass ich aussteige? Yep und yep. Nächster Halt. Er ist no. Oh, jawohl! Er ist noch lange, ich ranne. Untertitelung des ZDF, 2020